Und damit willkommen zu den Daily News. Heute ein paar interessante Neuigkeiten aus der Welt des Sportes und der Ernährung und sonstigen interessanten Themen, die so heute reinkamen. Das erste Thema heute. Lion Sanders gewinnt den Ironman 73. Indiana Wells La Quinta und hat damit einen super Jahresabschluss bekommen, nachdem er natürlich auf Hawaii nicht die Leistung gebracht hat, die er eigentlich bringen wollte. Im Radfahren war das Ganze noch eine sehr enge Geschichte. Da war er erst auf Platz 3, konnte dann aber im Laufen noch richtig aufholen und hat sich dann nach vorne gesetzt und hat am Ende nach dem Halbmarathon mit 2 Minuten Vorsprung gewonnen. Also für ihn heute wahrscheinlich zum Jahresabschluss auf seinem neuen Rad eine super Sache. Und vielleicht hat ihm sogar das neue Rad dabei geholfen, denn er hat jetzt auch das gleiche Rad wie entsprechend Jan Frodeno und Patrick Lange, die ja doch ein bisschen besser gewesen sind dieses Jahr teilweise. Und da hat er sich vielleicht gedacht, er holt sich auch das Canyon Speedmax CFSLX, was ihr entsprechend unten auch im Link mal genauer anschauen könnt mit Fotos. Sieht auf jeden Fall ziemlich fancy aus und ich denke mal, da werden wir in den nächsten Jahren auch noch einige richtig krasse Designs und Entwicklungen sehen. Das nächste ist vielleicht für Leute, die auch mal auf die karibischen Inseln wollen oder eine Kreuzfahrt machen. Eine sehr interessante Sache fand ich das und zwar, dass man doch in bestimmten Ländern, gerade wenn es um karibische Länder geht, eben kein Camouflage tragen sollte. Also wenn ihr da eine Jacke habt oder eine Hose, die jetzt nicht gerade militärisch ist, aber trotzdem Camouflage, Tarnkleidung enthält, dann solltet ihr das vielleicht nicht anziehen und euch vorher informieren, in welche Länder ihr reist. Ob das Ganze dort vielleicht verboten ist, weil dort dürfen nur Militärs solche Klamotten tragen und das Ganze steht sogar teilweise unter Strafe. Das Ganze kann mit Gefängnisstrafen enden oder sogar Geldstrafen bis 3000 Euro oder sogar noch mehr. Das heißt, wenn ihr auf eine Kreuzfahrt geht, solltet ihr euch immer auch vorher informieren, was in den Ländern erlaubt ist, wo ihr dann anlegt. Das Ganze kann ganz schön teuer werden. E-Sport, also Computerspielen ist kein Sport, das würden wahrscheinlich jetzt viele sagen, aber ich denke, wenn entsprechend auch Schach oder Snooker oder ähnliches als Sport gelten darf, warum denn auch nicht E-Sport? Es ist immer weiter im Kommen, es gibt viele Profiteams, die das Ganze schon hauptberuflich machen und interessanterweise wurde jetzt auf der Gamescom von der Deutschen Sporthochschule ein System vorgestellt, mit dem man hier auch wirklich leistungstechnisch etwas nachmessen kann. Und zwar soll zum einen eine Laktatmessung gemacht werden, wobei mich da irgendwie der Sinn nicht so ganz erschließt, wie man da so hohe Laktatwerte bekommen kann. Aber was noch interessanter ist, vielleicht dann solche Sachen wie Reaktionsfähigkeit, Handgelenksgeschwindigkeit, was natürlich dann an der Computermaus entsprechend wichtig ist. Eine sehr interessante Entwicklung, dass das Ganze auch von der Sporthochschule als wirklich professioneller Sport anerkannt wird und untersucht wird. Und dementsprechend bin ich auch mal sehr gespannt, was da sich in den nächsten Jahren noch entwickelt. Als wirklich Olympiatauglich oder ähnliches wird es ja lange nicht angesehen, noch nicht akzeptiert, aber es geht in eine interessante Richtung. Und jetzt eine interessante News für die Parasitenjäger unter euch. Denn eine Frau aus den USA ist tatsächlich an Amöben im Gehirn gestorben, da sie eine Nasendusche gemacht hat, ohne das Wasser vorher zu destillieren, sondern einfach nur das ganz normale Leitungswasser genommen hat. Dadurch können Amöben und natürlich andere Schadstoffe direkt über die Nasenschleimhaut dann eindringen und entsprechenden Schaden verursachen. Das ganze Wasser in den USA oder in anderen Ländern ist natürlich auch nicht so kontrolliert wie jetzt hier in Deutschland. Da brauchen wir uns wahrscheinlich weniger Sorgen machen, aber gerade bei Nasenduschen oder so ähnliches sollten wir doch destilliertes Wasser nehmen. Also das Ganze kann wirklich passieren, dass da natürlich Parasiten reinkommen, aber seit 1993 ist es dann so gewesen, dass es gerade mal 200 Fälle insgesamt auf der ganzen Welt gab, davon 70 in den USA. Also dort scheint die Trinkwasserqualität eventuell in einigen Regionen eben auch nicht so hoch zu sein. Und das Wasser kann man ja untersuchen. Da natürlich bei Nasenduschen das Ganze auch nicht durch die Magensäure geht und da entsprechende Bakterien oder Amöben abgetötet werden, ist es natürlich so, dass dort keine natürliche Schutzschicht entsteht. Und es können auch andere Sachen entstehen durch eben Amöben, zum Beispiel Magen-Darm-Infektionen. Und interessanterweise ist es so, wenn wir damit infiziert sind mit Amöben, ist es so, dass wir da sehr starke Erscheinungen auch von haben, also Entzündungsreaktionen und ähnliches. Und das Ganze in fast 100% der Fällen auch tödlich ist. Heißt also, wenn ihr wirklich Parasiten habt in solchen Sachen, dann wird das in den meisten Fällen extreme Auswirkungen haben bis hin zum Tod. Und die kann man nicht einfach so ausleiten, denn ein Gegenmittel dagegen gibt es bis heute nicht. Und als letztes haben wir hier noch zwei Rückrufaktionen, die akut sind. Und zwar einmal eine Anti-Baby-Pille. Trigoa heißt das Ganze, die wird zurückgerufen, weil eben dort ein falscher Bedruck drauf ist und dadurch die Einnahmeempfehlungen nicht richtig sind. Dadurch können die Frauen dann entsprechend schwanger werden. Wenn sie das also in den letzten zwei Wochen in den Apotheken gekauft haben, dann sollen sie das doch bitte zurückgeben. Und interessanterweise habe ich woanders noch gefunden, dass das Unternehmen, was diese Anti-Baby-Pille anbietet, eventuell sogar haftbar ist, wenn die Frau dann schwanger wird. Und eine weitere Rückrufaktion betrifft Schokolade, was ihr da draußen als Low-Carber oder Ketogener nicht essen solltet. Aber hier wurde eine Schokoladenbuchstabentafel 160 Gramm Milchnuss eventuell mit entsprechenden Plastikpartikeln kontaminiert. Und dementsprechend solltet ihr das Ganze dann zurückbringen. Die entsprechenden News und was für eine Schokolade das jetzt genau ist, das könnt ihr unten nachlesen. Es handelt sich um Schokoladenbuchstaben der Firma HEMA. Und dementsprechend solltet ihr vielleicht mal gucken, ob ihr das zu Hause habt oder eure Liebsten. Das waren die Nachrichten von heute. Was so Interessantes an Neuigkeiten und Klugscheißerwissen vielleicht für den nächsten Stammtisch rauskam. Ich hoffe, euch interessiert das und bis zum nächsten Video.